Sag nur, erhalte mir das Pferd vom Leib. Nein, Hexe sofort zurück. Sabrina sagt doch bloß guten Tag. Passen Sie auf, gleich stört sie Sie nicht mehr. Ene Mene eingezäunt, man sieht, Sie sind ein Pferdefreund. Ene Mene wohlgemut, Sie verstehen sich mit Sabrina gut. Hex, Hex! Hä? Ene Mene, ich lau mich kugeln. Oh, was, was, was geht hier vor? Na, du magst mich wohl? Warte, meine Süße, dann hab ich auch was für dich. Hier bitte. Hey. Na, der schmeckt dir wohl, hm? Sehen Sie, jetzt haben Sie keine Angst mehr vor Pferden. Ja! Moment noch. Siehst du, hm? Für alle, die übermorgen mit zum Martinshof fahren, der Schulbus fährt um 10 Uhr hier vom Schulhaus... Bis dann. Hey! Bibi, du bleibst hier. Nimm deine Hexerei zurück! Nein, wir sind nicht interessiert. Falsch, der Graf wird den Pachtvertrag nicht kündigen. Nein, wir geben den Hof nicht auf. Guten Tag! Unverschämter Kerl. Was war denn? Da sagt ein wildfremder Mann, dass eine Hotelkette unseren Hof übernehmen will. Der ist so völlig verrückt geworden. Wieder nicht geklappt. Probier's noch mal! Ene, mähne Blumenstrauß, mähne weg und wie ein Aus. Hex, hex! Hex, hex! Kein Pling, Pling! Was heißt das? Ich kann anscheinend den richtigen Rückhexspruch nicht. Und was bedeutet das? Die Hexerei muss sich von alleine auflösen. Tja, das kann ein bisschen dauern. Sie gehen besser erstmal nach Hause, Herr Kräwinkel. So soll ich rumlaufen? Unmöglich! Du musst mich nach Hause hexen, Pippi Blocksberg! Gut, mach ich. Ene, mähne Katz und Maus, Herr Kräwinkel sofort nach Haus. Hex, hex! Äh, äh, ha! Ach, zu Hause. Endlich. Ach, diese Bibi. So kann ich mich doch nirgends sehen lassen.